Hallo ihr Lieben, heute gibt es Lachs mit Möhren und Pesto aus dem Ofen. Ganz einfach, ruckzuck gemacht, wir brauchen Lachs. Das ist jetzt frischer Lachs, es geht auch tiefgefrorener Lachs, der muss dann aber aufgetaut sein, der darf nicht tiefgefroren in den Ofen geschoben werden. Ich berechne immer relativ großzügig, 300 Gramm ungefähr pro erwachsene Portion, Hälfte für pro Kind. Das sind jetzt 600 Gramm, also für mich und mich ein ganz, ganz großes Stück. Und dann nehme ich immer ein bisschen mehr Gemüse, weil die Auflaufform muss ja voll, also halbes bis Kilo Gemüse. Ich habe jetzt heute ein Kilo Möhren, ich habe ein bisschen frischen Knoblauch, auch das ist der Wahl. Und wir nehmen ein bisschen grünen Pesto. Ach ja, und eine schöne Auflaufform, also eine Auflaufform, die muss nicht schön sein, aber die ist schön. Lasst uns anfangen. Erst schäde ich die Möhren und dann schneide ich sie in ganz dünne Streifen, denn der Lachs kommt nicht lange in den Ofen, nur 20 Minuten. Das würde bei den Möhren aber nicht ausreichen für die Garzeit. Und deswegen schmale Streifen, dann werden die Möhren schneller gart und passen mit dem Lachs zusammen. Den Knoblauch kann man ja auch weglassen übrigens, wer ihn nicht mag, das wird nämlich relativ scharf. Ich nehme jetzt aber nur doch nur drei Knollen. Zusammen in eine Schüssel, ein bisschen Wasser dazu, ein bisschen Pesto dazu, deswegen brauchen wir auch übrigens kein Salz. Und ich vermenge das jetzt mit den Händen, ihr könnt aber gerne einen Löffel nehmen, einfach, dass die Sache nicht so trocken ist im Ofen. Man könnte übrigens auch noch eine Zitrone reinlegen. Ich mag das aber nicht so, würde aber sehr gut passen. Den Lachs schneide ich jetzt in zwei große Hälften. Das ist richtig guter Fisch. Ich gehe oben drauf, gebe noch einen großzügigen Löffel Pesto drauf. Kann man ruhig ein bisschen reinmassieren. Ich mache schon ein Schlückchen Wasser dazu, vom Pesto Wasser. Und dann kommt das Ganze in den Ofen. Gut 30 Minuten bei 200 Grad Umluft im Ofen. So, lieber Micha, komm essen. Ihr Lieben, so ein klassischer Fall von Leila war ein kleines bisschen zu faul, die Möhren richtig zu schneiden. Also die dünnen Stücke sind richtig schön durch. Die, wo ich ein bisschen zu dick geschnitten habe, die sind noch nicht ganz durch. Deswegen, bei dem Gericht gehört schon dazu, richtig schön dünn das harte Gemüse zu schneiden. Es sei denn, man nimmt so Sachen wie Spargel, was ganz schnell durch ist. Ja, da muss man gar nichts schneiden. Also es kommt aufs Gemüse drauf an. Guten Appetit. Guten Appetit. Nehme ich zuerst eine Möhre, ja. Oh, der Lachs ist ganz saftig. Mh, der Lachs ist super. Mh. Und heiß. Wir lieben. Süß.